herzlich willkommen zurück zu einem spiel mit einer sehr dramatischen musik nämlich metro 20 33 ich habe die kamera ein klein wenig verschoben ein bisschen mittiger das ist allerdings nicht ganz so einfach bei dem curved bildschirm weil die der dann doch so ein bisschen gerundet ist und dann trotzdem irgendwie ich glaube da verändert sich nicht viel ob der jetzt weiter da gewesen wäre oder daher steht immer noch schräg aber ich weiß nicht ich bin kein großer fan von den leuten die die kamera direkt so mittig platzieren so quasi und dann so direkt da rein so dass man nur hoch runter hoch runter ich finde man braucht so ein bisschen leichtes profil von leuten deswegen habe ich eigentlich immer gerne ein bisschen seitlicher ich wollte es eigentlich ein bisschen ausprobieren wie das jetzt ist wenn ich die mal ein bisschen mittiger macht vielleicht werde ich auch mal ausprobieren sie ganz wichtig zu haben wie das aussieht aber eigentlich bin ich ja eher so ein profil typ das sieht natürlich dann umso krasser aus wenn ich jetzt auf dem kontrollbildschirm sehe vorher war das vielleicht nur so ne so ein bisschen die richtung jetzt sieht so als ob ich komplett nach da guck und nach da genau so ein nase ich könnte töten ich hasse den sommer weiter geht's alles klar der fack wir müssen wahrscheinlich darunter ein volles magazin für jenen aber von ehrbaren soldaten erwartet man dass sie die muhren an den feind aufteilen das ist ja richtig genosse kommissar die parlamenter lehrt dass nur kommunistische doktrinen den wahren weg durch die tunnels weisen nur im namen lenins können wir den glas metro und der menschheit wieder herstellt keine ahnung ist kein sniper oder die leidenden und die unglücklichen sich verlieren keine ahnung ich bleib mal bei der wir haben jetzt wieder eine schrotflinte mit schalldämpfer alter müssen die so viel rumschreien okay wir haben wieder alle messer voll warum muss ich die denn alle kill die roten sind ja irgendwie doch menschen ich hab dir das leben gerettet was ist los mit dir wieso bist du tot Junge ich hab die gekillt er lebt noch oder er bewegt sich auf jeden fall noch er hat gerade quasi das leben gerettet extra weil ich ein guter bin oh lol wo kommen die denn her habe ich aber jetzt lach gehabt der die ak verkaufen soll haben wir alle akars ok weiter geht's muss ich mich hier wohl durchmetzen sonst liegt hier nichts nein weiter geht's ich war da und mir wurde er fast erkommen ich werde den rest meines lebens stecken werde ich jetzt gesehen wenn ich da hingehe scheiße ich das wollte ich nicht ne ne du siehst mich nicht du siehst mich nicht red euch wieder um nicht hier hinlaufen wieso alter wieso alter 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 Okay, okay, was ist das? Ah, lol! Okay, dafür fehlt mir noch der Schlüssel. Endes Nachtsichtgerät. Alles klar. Aber die haben mich schon wieder vergessen. Nein, scheit nicht. Aber meine, ähm... Denkst du, ist auch fast kaputt. Ich will auch mal eine neue besorgen. Ah, da. Da ist nochmal ein Abgang. Ich komme. Ach ja. Einmal aufmachen. 150. Okay, nehme ich. Finde ich okay. Kann ich mitleben. Stehen die immer noch hier? Loll, bitte was? Alles klar. Kann der mal sterben. Immer schön auf die Köpfe, wenn ich die treffen würde. Das ist doch lächerlich, dass ich dabei gesehen wurde. Loll, der hat einen Helm aufgehabt. Loll! Was war das denn? Krasses Tier. Okay, kurz auf Energie warten. Ist da oben noch einer? Ah, Munitionspack. Noch mehr Munition. Okay, kümmere ich mich vielleicht erst mal um den. Als ob. Ah, wo sind sie? Okay. Einer? Nur einer anscheinend. Was? Was? Alter! Ich suche dich jetzt. Ha! Lapp. Wie aber ausgewichen ist, ne? Mehrfach. Hups. Ich glaube, ich habe die komplette Widerstandsfront irgendwie gekillt. Unabsichtlich selbstverständlich. Ha, Strom geht wieder an. Ja, die vielleicht erst töten sollen, bevor ich das mache. Habe ich... Ja, alle Dinger wieder. So, gucken wir mal noch. Gibt es hier noch irgendwie Waffen, Munition? Da ist noch irgendwas. Ich sage mal, Hups. Was ist das für eine komische Waffe? Ist es doch ein Sniper? Alter, wer schießt denn da auf mich? Ich glaube, die sind nur geskriptet. So ein bisschen die Schüsse. Naja, jetzt kann ich ja hier weiterlaufen. Ich habe ja alles gekillt. Aus Versehen. Der Rest weiß ja nicht, dass es mich gibt. So, sind die bescheuert? Ich bin auf deren Seite. Glaube ich. Oder gibt es einen anderen Weg? Vielleicht da unten ist auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich hier runter soll. Ich sehe da auf jeden Fall was. Vielleicht das Special Loot. Aber hier runter springen wäre... Bullshit. Muss hier irgendwie runterkommen. Danke. Ich glaube, da soll ich nicht hin. Tatsächlich. Ich muss hier irgendwie runter. Da. Kommt man denn da hin? Da ist doch auch irgendwas. Soll ich einfach mal runter springen und gucken, was passiert? Bitte nicht sterben, Artikel. Du bist gut. Nice. Guter Mann. So, da würde er jetzt frohes looten. Was gibt es hier? Nix. Geil. Gibt es da? Nix. Geil. Ich soll doch da runter, oder? Kannst mir da erzählen, was du willst. Nische Munition. Da, eine neue Gasmaske. Geil. Die Leuchten sagen mir doch, wo ich lang muss, oder? Kannst mir doch erzählen. Okay, jetzt habe ich Angst vor Viechern. Was ist denn das? Auch eine Schrotflinte. Ich würde aber gerne wissen, wie man da hochgekommen, beziehungsweise hochgekommen wäre, runtergekommen wäre. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Ist das der richtige oder falsche Weg? Was? Okay. Alles klar. Gasmasken. Ganz viele. Ich hoffe, das ist hier jetzt ein Special... Special Ding. Das ist Munition. Sieht auf jeden Fall Special aus. Ha. Ansonsten ist hier nichts. Okay. Aber es heißt nichts, aber es war schon cool. Viel Munition und so. Nehme ich gerne. Ich muss aber wahrscheinlich in die andere Richtung. Sollte mich beeilen. Mein Filter will jetzt auch nicht ewig. So, wo bin ich hier gelandet? Da ist keiner mehr. Ihr braucht nicht mehr schießen. Ich habe alles getötet für euch. Offenes Gelände mag ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jetzt Viecher kommen. Da liegt was. Ist der Regen okay, oder? Scheint okay zu sein. Aber war doch nichts. Ich atme schwerer. Lol. Okay. Ist noch kein anderer auf die Idee gekommen, unten lang zu gehen, um die zu flankieren, oder was? Huch. Knapp. Huch. Ich habe gedacht, das steht hier mal. Deswegen habe ich mich instinktiv geduckt. Ich sehe die Teile überhaupt nicht. Hier. Ja, hör mal auf zu blinken. Muss ich jetzt echt Medikit nehmen? Okay. Okay. Hm. Okay. Oh, lol. Alles klar. Hier rein. Hier ist überhaupt nichts. Ah, hier. Das ist sogar ein fucking Pfeil, wo ich hin muss. Brauche ich die immer noch? Ja, ja, der Sieg. Natürlich. Ja, ja, der Sieg, natürlich. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Rettung. Ich werde nicht fragen, was der Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Ja, ja, mir auch. Kein Problem. Ich bin ja krass. Okay, das Ding geht nicht auf. Ah, mein Licht wieder an. Oh, hier sind Messer. Habe ich leider schon genug. Ich würde die gerne die Anzahl erhöhen an Munition und Messern und sowas. Dafür könnte man doch die Kohle noch ausgeben. Irgendwie Taschengröße erhöhen oder so Quatsch. Okay, ich könnte den Motor ausmachen. Aber jetzt, was habe ich davon? Ich weiß ja nicht, was oben so abgeht. Ob ich gegen die da bin oder für die bin. Aber ich glaube, in der Regel ist es erstmal besser, den Scheiß auszumachen. Weil ich ja sneaky unterwegs bin. Solange jetzt keine Gegner kommen, äh, also Viecher. Aber ich glaube, hier sind so viele Menschen gekommen, keine Viecher. Okay. Schlaf gut, Kumpel. Ich muss das Licht ausmachen. Scheiße, der kommt ganz schön nah. Krasser Wurf. Loll, was? Scheiße. Das war nicht geplant. Ich hau ja ab. Lass mich nur gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das fand ich so gut. Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wo bin ich? Okay. Wir machen hier nächstes Mal weiter. Und ich versuche es nochmal. Ich muss den hinter mir töten unbedingt. Ich drehe jetzt wieder um und töte erst den hinter mir. Und dann gucke ich mal, was vor mir abgeht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Eigentlich soll ich hier in die andere Richtung. Aber ey, es ist Loot und Loot ist halt Loot, ne? Loot ist Loot. Das sage ich immer. Deswegen in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Feiertag, eine schöne Weihnachten. Vielleicht gibt es ja auch einige, die ab hier nicht mehr weiter gucken und denken, was ein Wichser. Egal. Kann ja sein. So. Bis zum nächsten Mal. Übermorgen hoffentlich. Tschüss.